Wolfgang Hochmeier und seine Pro-Piloten sind frei von Wallis und Berner Leitern. Bitte nehmen Sie nun Ihre Sitzplätze ein, klappen Sie Ihre Tische hoch und schneiden Sie sich an. Wir machen Ihnen mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut. Dieses Flugzeug ist ein Boeing 747 und verfügt über drei Notausgänge. Einen im vorderen Bereich, einen im hinteren Bereich sowie einen in der Mitte. Die Rettungswesten befinden sich unter Ihren Stühlen und die Atemmasken über Ihnen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug und einen schönen Rundi.